Servus Leute, willkommen zu einem neuen YouTube Vlog. Heute bin ich mit dem Maddin und mit dem Yannick im Trailpark Meerring und wie das ganze hier aufgebaut ist, wie das ganze hier aussieht, ich bin heute auch zum ersten mal hier, seht ihr in diesem Video, also let's go! So und willkommen hier im Trailpark Meerring, um euch einmal die Karte genauer zu erläutern, die ich hier unten, wenn das jetzt mit meinem Programm funktioniert, mal einblende. Gibt es verschiedene Strecken, das heißt wir haben schwarze Strecken, rote Strecken, die auch untereinander alle kombiniert werden können und wie die ganze Strecken aussehen, das schauen wir uns jetzt hier mal an. Auf jeden Fall ist hier auch trotz so diesigem Wetter echt einiges an Betrieb, also wir machen uns jetzt mal los auf die Strecken, also let's go! So hier rote Lallen Der Yannick und der Maddin waren schon ein paar mal hier, die kennen sich hier echt besser aus. Ich bin hier quasi ein Newbie auf der Strecke quasi ein Newbie auf der Strecke ui 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 o yanlış u u u u u so kurz hey, es ist richtig Bike Park viele hier bei den Tables, ja geil ha ha, Hammer Leute fahrt hier her, schaut euch das an, das ist ja absoluter Hammer ach ja, hier waren wir eben schon da, 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 da das�, da, 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 da esse, das, ich will mal kurz anrollen let's ich muss hier erstmal herantasten jetzt passt hier Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das ist der einzige dem wir jetzt noch nicht gesprungen sind da ist die landung und jetzt kommt gleich wie heißt es der krokospunkt wie ein step down kommt jetzt er kommt gleich wenn du mein tempo hast easy für dich wirklich wenn du ihn hier angucken willst gucken dir vorher an ah ja yo Nice boy! Bursche! Bursche! Wo bist du Bursche? So, wir haben gerade mal den Point of View hier besichtigt, wo man echt einen mega geilen Ausblick auf die Mosel hat. Auf jeden Fall sehenswert hier in Mering. Und wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Das heißt, wir snacken irgendwas und dann geht es wieder rauf auf die Trails. Also gespannt sein! So, wir haben unser cooles Fahrerlager hier in Mering aufgeschlagen. Der Martin hat hier seinen kleinen Pavillon mitgebracht. Mega geil! Und wir snacken hier ein bisschen was. Ich habe hier schon was auf dem Gaskorrer stehen. Der Janik und der Martin sind hier am Brötchen schmieren. Also wir sind echt gut versorgt. Und es wird auf jeden Fall heute noch richtig, richtig geil an diesem Sonntag. Mach doch mal eine Umfrage. Tee-Wurst schmeckt. Tee-Wurst schmeckt. Tee-Wurst schmeckt. Tee-Wurst schmeckt. Tee-Wurst schmeckt. Tee-Wurst schmeckt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was Tee-Wurst gemacht ist. Was ist da Tee drin? Was ist da drin? Der Martin hat sich nämlich gefragt, was in Tee-Wurst eigentlich drin ist. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Nutzt bitte kein Google, weil da kann es ja jeder rausfinden. Also Rabattcode bei Super Smash Designed Martin15. Tatsächlich, wir geben jetzt ein Rabattcode raus für den Onlineshop Supersmashshop.de. Mit dem Code Martin10 bekommt ihr, blende ich auch ein, 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Das machen wir jetzt einfach mal. Tee-Wurst. Auf Tee-Wurst und alles mögliche andere an Produkten. Also reinschauen. So, wir sind auf der Black Line unterwegs. L PresSe 好. Zin Wish. En gang,ble politique. Oh, deswegen까� поступ�my. Ich-Best. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ja mega schön mit den doubles hier drin hier kann man richtig gas geben hier pushen wir noch mal rein noch ein double kann man hier auch ein schönes stück mit zwei kleinen doubles zack boah hab ich fast weggerutscht ging das vorderrad richtig weg so das war es mit dem tag hier im treypark mehr regen ist auf jeden fall schon mega dunkel geworden wir haben hier echt fast 50 kilometer die wir durch gemacht haben mega geile laps wir sind tatsächlich nicht alle strecken gefahren ein paar sind davon ausgelassen worden von mir das heißt es auf jeden fall wiederholungsgefahr hier bei dem trail und wenn ihr mehr sehen möchtet von mir und von anderen strecken dann abonniert gerne den kanal und würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal und ja auf jeden fall wieder rein bis dann bis dann bis dann bis dann